Katalog Nummer 29 Lidlholm Luan Was ein Pedigree Über High Octane und eine 87 als Ferse eingeschufte Goldchip geht es dann direkt zurück auf Lidlholm Resolue Resolue, die die Milchcharakter und Kraft verkörpert wie kaum eine andere Kuh und guckt euch das Kalb an es hat denselben Cut wie ihre Großmutter Katalog Nummer 29 Lidlholm Luan Was ein Pedigree Sie geht zurück über Octane zu ihrer ersten Kalver 87 Goldchip und dann noch andere als der welt-known Resolue Most of the people call her the perfect Derry Strange And look at that heifer She had the same Cut like your Granddad Oh 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 Oh